Ich glaube, brutaler kann der Fußball nicht sein. Wir haben ein Riesenspiel gemacht, haben alles rausgehauen, brutal gearbeitet, dann wirst du so bestraft. Es ist kein Sport, aber es ist brutal. Der Torwart macht auch noch das Tor. Ich denke, über 90 Minuten haben wir eine brutale Leidenschaft gezeigt, einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich glaube, wir haben in der 70. Minute durch mich da eine Riesenschance zum 2-0. Den muss ich reinmachen. Somit nehme ich das Ding auf meine Kappe, weil dann ist das Spiel gegessen.